Was ist Vielfalt? Vielfalt bedeutet Offensein, das Buntsein als Herausforderung und Anregung annehmen und nicht als Gefährdung sehen. Was ist Vielfalt? Jeden Tag sich einsetzen und jeder von uns kann sehr viele kleine Dinge tun. Und diese kleinen Dinge gemeinsam ergeben etwas Großes. Was ist die Lösung gegen Rassismus? Die Lösung gegen Rassismus kann meiner Meinung nach nur so heißen, dass jede und jeder von uns jeden Tag, egal ob privat, beruflich oder auch öffentlich, diesen Kampf annimmt. Wir dürfen nicht schweigen. Wir dürfen nicht schweigen. Untertitelung des ZDF, 2020